Ach, ihr seid's. Hi, ich bin der Sebastian und ich hab da ne tolle Sache entdeckt, davon muss ich euch erzählen. Ihr seht doch den ganzen Schrott hier. Mein Vater regt sich bestimmt auf, wenn er sieht, dass ich alles in seiner Garage sammle. Aber ich hab meine Gründe dafür. Denn das, was andere für Schrott halten und wegwerfen, das kann euch richtig viel Kohle bringen. Klar, ich muss nur aufräumen, sonst regt sich mein Alter auf. Aber wegwerfen werde ich nichts. Ich sammle einfach den anfallenden Metallabfall und wenn es ein bisschen mehr ist, dann rufe ich die Firma Stilmänner an. Die zahlen nämlich Höchstpreise für meinen Schrott. Und für euren auch. Also am besten in die Garage, Keller, Hof, Garten, Speicher oder in die Scheune ausmisten und mit den alten Metallabfällen viel Geld verdienen. Ich schicke sogar diesen Teller von meinem Opa mit. Dann sind die endlich mal für was gut. Und ihr? Ihr könnt das auch. Einfach alles an die Firma Stilman schicken. Und wenn es zu viel ist, dann holen die das auch gerne ab. Also, macht's gut. Haut rein. Viel Spaß mit der Kohle.